Wir haben die Anforderung, dass die Mitarbeiter kurze Kommunikationswege haben und aufgrund der veränderten Projekte immer zusammensitzen. Aufgrund dessen haben wir ein System entwickelt, wo die Mitarbeiter auf fixen Schreibtischen sitzen und wir diese Schreibtische in sich verkabelt haben, sodass wir nur einen Netzwerkstecker und einen Stromstecker ziehen müssen, um den Schreibtisch zu bewegen und auf eine neue Stelle im Unternehmen zu setzen. Wir entwickeln Spiele und diese Spieleentwicklung ist sehr device, also hardwarelastig. Das heißt, die Mitarbeiter haben neben ihrem PC, auf dem sie arbeiten, noch die Endgeräte, für die wir entwickeln, also sprich Spielekonsolen, Tablets, Mobilgeräte etc.